Moin Moin ihr Lieben! Der Vollmond scheint noch ein paar Stunden, also geht es natürlich heute um eine Kürbispastete, was denn sonst? Und die Frage lautet, was war mein allererstes EP-effektives Item? Es geht wie immer bis 19.30 Uhr und ich wünsche euch ganz viel Glück und viel Spaß und sage Tschüss!